Ja, wütend und traurig zugleich. Ich muss sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Es fühlt sich einfach nicht gerecht an, dass wir auf diesem Schaden sitzen bleiben. Es ist ein Drittel unserer Ernte, die wir wegschmeißen müssen, für etwas, was wir nicht verursacht haben. Ja, Honig ist ein natürliches Produkt, ein wunderschönes Lebensmittel und Pestizide gehört da nicht rein. Und deswegen wünsche ich mir Gerechtigkeit und ich wünsche mir auch Maßnahmen, damit es nicht mehr passiert. Wirklich feiner Honig und ich habe mir echt Mühe gegeben, dir einen schönen Cremic zu bekommen. Das lieben die Kunden. Ich freue mich von einer pestizidfreien Landwirtschaft. Wir haben eine unmittelbare Grenze zur verkehrsfähigen Landwirtschaft. Ja, ein großer Mittel, ein großer Mittel, das ist der journalistisch, wir müssen mal fragen.